Stell dir vor, du könntest mit einem Klick aus deinem Video einen fertigen Blogbeitrag machen, der SEO-optimierte Screenshots aus dem Video einfügt und das Ganze durchoptimiert in deinem Brand Voice. Das jedenfalls verspricht Video2Blog. Wir schauen uns an, was Video2Blog macht, wir schauen uns an, was Video2Blog kostet und dazu gibt es noch einen Lifetime-Deal und den schauen wir uns auch an. Was sind die Unterschiede? Was wäre für dich möglicherweise die beste Wahl? Bevor wir ins Thema einsteigen, ganz kurzer Hinweis. In diesem Channel DesignersIn teile ich Tool-Tipps für dein Business. Sollte das für dich spannend sein, abonnier den Kanal, weiter geht's. Die Rede ist heute von Video2Blog. Das Versprechen ist, ich packe hier meine URL rein von YouTube oder ich lade mein Video einfach hoch und bekomme dann einen fertigen Beitrag SEO-optimiert inklusive Screenshots und einem Pipapo. Wenn wir uns die Preise auf der Seite anschauen, sind diese sehr verlockend, auch ohne Lifetime-Deal, denn für 9 Euro kannst du 10 Blogposts pro Monat erstellen. Du hast hier unlimitierte Möglichkeiten, das zu wiederholen. Du kannst Videos bis zu 3 Stunden Länge hochladen. Die Artikel haben bis zu 2500 Wörter pro Blogpost. Die Screens werden automatisch hinzugefügt, also Screenshots. Und du kannst auch Stock-Images generieren, kannst per AI deinen Beitrag bearbeiten und bekommst eine Transcription deines Videos. All diese Funktionen sind bei allen Angeboten drin. Einziger Unterschied ist die Anzahl der Blogposts. Wenn du nicht monatlich zahlen möchtest, dann gibt es derzeit einen Lifetime-Deal. Das ist genau das Gleiche mit dem Unterschied, dass du hier nur einmalig 49 Euro zahlst und dann die 10 Blogposts pro Monat bekommst. Und ganz ehrlich, 10 Blogposts pro Monat, das muss man erst mal produzieren. Denn vergiss nicht, du hast im Vorfeld erst mal 10 Videos, die du produzieren musst, damit du dann dieses Tool nutzen kannst, um aus den Videos später deinem Blog zu bestücken. Also für die meisten dürfte der kleinste Tarif in diesem Fall ausreichen. Meistens ist es so, dass spannende Sachen dann eher in Tier 2 oder 3 sind. In diesem Fall ist wirklich überall alles gleich. Das heißt, der kleinste Tarif hat alle Funktionen. Wenn du sagst, hey, pass auf, ich möchte wirklich jeden Tag einen Post raushauen, dann wäre die Option 3 für dich das Richtige. Und für den Fall, dass du eine Agentur bist, dann kannst du das bis zu 200 Posts pro Monat pimpen. Bis dann allerdings auch bei 1000 Dollar. Für die meisten dürfte daher Angebot 1 die richtige Wahl sein. Okay, schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Ich habe dieses jetzt selber gekauft und dann hüpfen wir mal direkt ins Dashboard. Das Schöne ist, beim Dashboard haben wir nicht viel zu stehen. Gehen wir einmal zu den Settings. Hier sehen wir, wir können die Sprache einstellen. Wir können einen Kasten Footer hinzufügen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wofür das wirklich gedacht ist. Dann können wir unsere WordPress-Seite direkt verbinden. Das habe ich schon gemacht. Was du hier machen musst, ist ein Application Passwort vergeben. Ganz kurz, du legst bei deiner WordPress-Seite einen neuen Benutzer an. Das ist meine Empfehlung. Mach das nicht mit deinem Admin-Account, sondern leg einen neuen Benutzer an. Dieser Benutzer braucht die Rolle Autor, damit das Ganze funktioniert. Und wenn du runter scrollst, hast du hier die Möglichkeit, Anwendungspasswort zu erstellen. Hier gibst du einen neuen Namen ein, den du hinzufügen möchtest. Das ist also hier Video2Blog oder was auch immer. Und du sagst, neues Passwort generieren, dann wird das generiert. Und diese Daten fügst du dann hier, nachdem du auf Connect gedrückt hast, ein. Ganz wichtig, der Admin, den du einträgst, ist nicht der Name Video2Blog, wie gerade in meinem Beispiel, sondern das ist der Benutzername von dem neuen Benutzer, den du erstellt hast. Dann funktioniert das Ganze wunderbar. Okay, ich habe meinen Blog hier bereits verknüpft und wir gehen hier einmal zurück. Das Erstellen eines neuen Artikels ist relativ simpel. Du kriegst auf Create Blog und fügst deine URL ein. Sobald das erledigt ist, kannst du hier noch Custom Constructions hinzufügen. Mach das unbedingt, damit dein Artikel lebendiger wird. In meinem Fall habe ich eine Brand Voice, was ich immer für JetGPT nutze. Meine Empfehlung wäre, leg dir so etwas an, wo einfach drin steht, pass auf, ich schreibe in der informellen Du-Form und solche Sachen. Hier siehst du meine. Hier ein paar Tipps dazu. Also schreib in der informellen Du-Form, professionell, motivierend, klare, schrittweise Erklärung bei komplexen Themen. Ruhig einmal zwischendurch nachfragen. Lesbarkeit ist hier Schüler der achten Klasse, machen wir in dem Fall. Und ja, die Rolle ist, dass es eine KI ist. Die Aufgabe ist, einen authentischen Kontext zu erstellen. Und beim Prozess noch den Hinweis, pass auf, füge ruhig mal eine Anekdote ein oder gib einen Fehler zu. Zeige vielleicht auch mal einen Triumph oder Frustration, wenn du mit irgendwas Probleme hattest und so weiter und so fort. Wenn du mehr bei Prompting erfahren möchtest, schau einfach in meinen Kanal. Da habe ich verschiedene Videos zum Thema Künstliche Intelligenz. Musst du das einfügen? Nein, das mache ich aber, um den Output noch ein bisschen besser hinzubekommen. Denn das, was du reingibst an Informationen, kriegst du später auch wieder raus. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen Visuals hinzufügen. Ja, wollen wir. Und zwar das Video, das möchte ich oben einmal eingebettet haben. Dann wollen wir Screenshots mit integriert haben. Stock Images können wir auch integrieren. Alternativ macht aber keinen Sinn meines Erachtens, denn gerade das Spannende ist ja, dass ich individuelle Screenshots aus meinem Video generiert bekomme. Dann kann ich Links hinzufügen. Die kann ich entweder einmal aus der Description des Videos ziehen. Finde ich sehr spannend. Ich habe bei mir aber relativ viele Links drin zum Weiterlesen und Angebote, jada, jada, jada. Deswegen lasse ich das hier weg und habe hier einen eigenen Link eingefügt über Add Link. Bei diesem Link hast du folgende Funktion. Du kannst die URL eingeben und den Text. Das war es dann eigentlich auch schon. Und hier siehst du das, was ich eingefügt habe. Okay. Zusätzlich können wir ein Call to Action hinzufügen. Das finde ich extrem spannend. Denn wir haben hier noch eine kleine Mini-Gestaltungsmöglichkeit. In dem Fall teste E-Mail-Client. Das ist die Review, die ich jetzt hier gemacht habe, wozu ich den Blog-Post haben möchte. Also teste E-Mail-Client kostenlos. Das ist vielleicht eher die Subline. Und E-Mail-Client die Alternative zu Outlook, Apple, Mail und Co. Teste E-Mail-Client kostenlos. Habe ich irgendeinen Schreibfehler drin? Ne, sieht gut aus. Weiter zum Download. Da kommt dein Link rein. Das kann dein Affiliate-Link sein, was auch immer. Dann, wo möchte ich das positionieren? Am Anfang des Beitrags, am Ende. In dem Fall sage ich mal in der Mitte, weil am Ende meiner Post habe ich automatisch immer Links drin. Dann kann ich die Farben hier branden, dass sie zu deinem Theme natürlich passen und sage Save. Das Ganze gefällt mir bis hierher extrem gut. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe jetzt weitere Optionen zur Verfügung. Ich kann sagen, wie lang soll dieser Artikel sein? Und hier kriege ich den Hinweis, wenn ich einen Post habe unter 15 Minuten, dann sollte ich einen Medium-Post machen. Habe ich ein längeres, dann sollte ich hier eher einen langen Post machen. In dem Fall geht das Video tatsächlich 35 Minuten. Also mache ich auf jeden Fall einen langen Post. Die Sprache ist Deutsch. Den Ton möchte ich nutzen und zwar in freundlich. Und Point of View ist die First Person bei mir. Spannend ist, ich kann auch First Person als Plural nutzen. Das habe ich relativ selten, dass ich das zur Auswahl habe bei diesen Tools. Zweite Person, dritte Person kann ich zusätzlich machen. Selbst erklären, ich bleibe hier in der ersten Person einmal, mache das Ganze etwas persönlicher beim Post. Dann kann ich ein Table of Content hinzufügen. Brauche ich bei mir eigentlich nicht, weil der automatisch in WordPress generiert wird. Ich mache das hier aber mal, damit ihr seht, wie das später ausschaut. Dann FAQs finde ich spannend am Ende. Das ist immer gut für SEO noch einmal. Und das Format, was soll das für eine Struktur haben? Ist es eine Zusammenfassung? Interview, Listical, Product, Review und Tutorial? In dem Fall Review, Tutorial, irgendwo dazwischen. Ich sage eher Tutorial, weil ich wirklich alles durchgehe und erkläre. Dann kann ich die Kapitel des Videos als Outline nutzen. Finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich die Kapitel jetzt so richtig toll angelegt habe. Ich sage einfach mal Ja. Emojis brauche ich bei mir nicht. Und ich kann auch mal sagen, hey, ich möchte nur einen Teil des Videos nutzen, der für mich vielleicht spannend ist. In diesem Fall möchte ich aber das ganze Video haben. Okay, das war's. Dann sage ich Generate. Los geht's. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen. Das Ergebnis schauen wir uns gleich an. Und da sind wir. E-Mail-Client, Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Nutzung. Mein Video hat er gefunden und ordentlich eingebettet. Dann geht's los. In dieser Anleitung erfährst du. Er hat also mitbekommen, dass ich in der Du-Form schreibe. Und das ist bei den meisten Tools eine echte Herausforderung. Denn in der deutschen Sprache haben wir nun mal eine formelle und informelle Form. Und die meisten nutzen die Sie-Form. Also der Prompt, den wir vorneweg geschrieben haben, schreib in der informellen Du-Form, hat hier wirklich gegriffen, sodass der Text korrekt geschrieben ist. Okay, wir werden die Funktionen Schritt für Schritt durchgehen und dir zeigen, wie du das Beste aus diesem leistungsstarken Tool herausholen kannst. Lies sich gut. Dann kommt das Inhaltsverzeichnis. Und wie gesagt, das ist ein langes Video, aber das sind genau die Punkte, wenn ich es richtig sehe, die ich bespreche. Die Einführung, der Vergleich mit anderen Tools, wichtige Kriterien, Design- und Anpassungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Sehr gut. Okay, so soll das sein. Dann kommt Schritt 1. Einführung in den E-Mail-Client. Okay, wenn du viel Zeit im E-Mail-Client verbringst, ist es wichtig, das richtige Tool zu nutzen. Standardprogramme wie Apple, Mail und Outlook gibt es, aber gibt es nicht noch bessere. Okay. Okay, dann vergleicht der gängigsten Tools, da, 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 wichtige Kriterien für die Auswahl, Inbox-Funktion, Synchronisation, Design-Möglichkeiten und dann kommt der erste Screenshot. Und da bin ich mal gespannt. Hier rede ich über Anpassungsmöglichkeiten und tatsächlich, so kann eine E-Mail aussehen. Anpassungsmöglichkeiten, das ist ein Screenshot aus dem Video, der passt. Integration von künstlicher Intelligenz. Und siehe da, da hat er den Screenshot genau zur richtigen Zeit, da rede ich über die künstliche Intelligenz. E-Mail-Verschlüsselung, Nachrichtenverschlüsselung, wieder das richtige Bild. Das ist echt beeindruckend, dass er hier wirklich die passenden Bilder hat. Und diese Arbeit, die man sich hier sparen kann, das alles einzeln aus dem Video zu Screenshoten, rauszusuchen oder generische Bilder in so einen Blogbeitrag reinzuhauen, hier habe ich das Ganze fertig. Wenn ich draufklicke, was habe ich? Ah, hier kann ich sogar nochmal wählen. Was möglicherweise besser ist, das ist ja nochmal richtig spannend. Das ist wirklich beeindruckend. Leute, das ist nicht schlecht. Okay, dann E-Mail-Management sehen wir. Da habe ich oben, hier rede ich also über Kalender und Integration. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Dann nehmen wir doch den Kalender. Wunderbar. Dann haben wir E-Mail-Management und Organisation. Nachrichtenverschlüsselung hatten wir gerade schon. Dann nehmen wir hier die Kategorien. Okay. Da kommt der Call to Action. Sieht schick aus. Der Button ist eingefügt. Alles ordentlich mittendrin. Perfekt. Schnellaktion nochmal erwähnt. Preisoptionen und Zahlungsmodelle. Was haben wir hier? Hat er noch irgendwas mit Preisen gefunden? Hat er gefunden. Ey, das ist echt großartig. Großartig. Was habe ich denn hier für Möglichkeiten noch? Schauen wir mal. Ah, ich kann jetzt sogar ins Video gehen und mir eine andere Stelle raussuchen. Genial. Genial. Muss ich sagen. Ich kann das Bild bearbeiten, ausrichten oder eben auch downloaden. Allein dafür. Das ist echt cool. Okay. Genial. Okay. Der Blogbeitrag ist gut. Ist in der Du-Form geschrieben, so wie ich das haben möchte, was ich gelesen habe. Ich muss nochmal im Detail alles durchlesen. Sollte man immer machen. Sieht aber sehr gut aus. Was haben wir weiter? Wir können den Content analysieren. Was haben wir hier? Da ist er am Arbeiten. Dingelingeling. 91 Prozent, sagt er. Okay. Readability Score ist für die neunte Klasse. Ja, ich hatte eben mein Prompt geschrieben, schreibt für die achte Klasse. Aber neunte ist hier völlig in Ordnung. Da ist er offensichtlich zufrieden. EI Detektor, sagt er, alles in Ordnung. Wird nicht als künstliche Intelligenz erkannt. Die Wortanzahl, wie lang sind die Sätze, wie viele Bilder sind da drin. Hier kann ich nochmal eine Keyword-Phrase dazu nehmen. Okay. Das wäre hier an meiner Stelle EM Client, weil dafür möchte ich den optimieren. Und das habe ich hier offensichtlich nicht so oft drin. Das sollte man vielleicht nochmal ergänzen. Machen wir das einmal. Jawohl. Im Titel ist es drin. Und hier sollten wir das zwischendurch dann noch ein paar Mal einfügen, damit er da auch zufrieden ist. Er hat hier immer E-Mail Client, wenn ich das gesagt habe, als E-Mail Client gemacht. Und das heißt es nun mal so, schreibt sich aber so und ist natürlich auch schwierig dann im Vergleich mit den gängigsten E-Mail-Tools. Okay. Dann hat er hier gesagt, Metadaten. Was haben wir da? Ja, maximiere E-Mail Client, machen wir hier auch nochmal, E-Mail Client, optimiere Description, sollten wir da auch nochmal drin haben. Und da sehen wir, wächst auch unser Score hier oben. Dann haben wir hier die Slack, die wir anpassen können. Auch das ist natürlich wichtig für Google, dass wir das korrekt haben. Und das nehmen wir mal Leitfahnen. Dann haben wir das auch nochmal drin. Und Text zur Verfügung. Okay. Dann haben wir die Meta-Angaben auch fertig. Wunderbar. Dann gibt es noch den Punkt Promotion. Was ist das? Und siehe da, wir können hier für Instagram gleich auf unseren Blog-Beitrag verlinken. Das ist natürlich cool. Wir kriegen hier auch noch ein, ja, der verlinkt jetzt hier auf diesen Beitrag. Da würde ich natürlich an dieser Stelle den Link zu meinem Blog reinpacken. Aber dass wir hier das zur Verfügung haben, ist natürlich cool. Wir haben Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp. Das ist auch schön. Hier nochmal E-Mail-Promotion auch gleich. Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie du die E-Mail-Kommunikation optimieren kannst? In diesem Blog-Beitrag gehen wir Schritt für Schritt durch. Von den besten Tools, nützlichen Funktionen. Lies jetzt unseren Blog-Beitrag. Viel Spaß, dein Team. Ja, reicht aus. Wunderbar. Das ist echt beeindruckend an dieser Stelle. Das sind die Dinge, die haben wir alle gesehen. Dann haben wir hier noch ein Transkript. Okay. Und das ist das Transkript vom Video. Alles klar. Fehlt nur noch eins. Wir müssen den ganzen Spaß exportieren. Und was haben wir für Möglichkeiten? Ein Public Link, wenn wir dem anderen das teilen möchten, dass er da nochmal drüber schaut, bevor wir das veröffentlichen. Wunderbar. Wenn wir, wir können das HTML kopieren als Markdown, als Word-Dokument, als PDF. Dann können wir WordPress und Co. verknüpfen. WordPress haben wir hier schon verknüpft und wir können das Ganze teilen. In dem Fall möchten wir das auf WordPress teilen. Auf WordPress.org.com. Das sind ja die gehosteten Seiten von WordPress. Wir wollen Org. Da haben wir das verknüpft. Und hier sehen wir nochmal die Slug. Ja, die hatte ich gerade geändert, mein lieber Freund. Das hättest du dir merken können. Ist aber nicht schlimm. Das können wir nochmal machen. Und das Ganze nicht direkt veröffentlicht, sondern als Draft. Okay, also E-Mail, kleinen Leitfaden, richtig geschrieben. Jawohl. Exportieren. Okay. Dann veröffentlicht er das jetzt in meinem Blog als Entwurf. Veröffentlichen als Entwurf macht nicht viel Sinn. Er speichert es als Entwurf ab. Jawohl. Da ist er. Möchte ich den Artikel sehen? Ja, aber unbedingt. Und da sind wir. Er hat ein Vorschaubild gezogen. Finde ich auch cool. Ich würde ein anderes nehmen, weil ich einen eigenen Style für die Vorschaubilder habe. Aber dass sich eins genommen hat, finde ich genial. Dann habe ich hier, wie gesagt, mein eigenes Inhaltsverzeichnis. Ich brauche nicht das hier unten. Das habe ich jetzt einmal für euch gemacht. Aber das ist mit Sprungmarken alles ordentlich angelegt. Funktioniert also super. Schritt 1. Dann kommen die ganzen Texte. Die Screenshots sind mit drin. Super. Gefällt mir sehr gut. Was ich jetzt noch einmal testen würde, ist, ob die Bilder jetzt wirklich bei mir im Blog gelandet sind. Oder ob die irgendwo anders liegen. Das würde ich jetzt noch einmal gegenchecken. Und dazu gehen wir mal in die Textansicht und suchen uns das erste Bild. Und da sehen wir Designers Inn. Jawohl. Das ist bei mir gelandet. Finde ich gut. Das Einzige, was er unterwegs verloren hat, ist das Video. Das müsste ich hier noch einmal rüberziehen. Gehe ich noch einmal zurück. Das hat er irgendwo verloren. Das müsste ich hier also in der Tat noch einmal ganz kurz teilen. Und bei mir im Blog einfügen. Das ist aber nicht der Riesenakt. Gemessen daran, wie viel Zeit ich hier gespart habe, werde ich einmal hier kurz das Video einfügen. Okay. Da ist es. Und das Inhaltsverzeichnis, wie gesagt, brauche ich bei mir nicht. Das ist bei mir automatisch. Aber wer das nicht hat, für den ist es natürlich eine tolle Sache, dass er hier das Inhaltsverzeichnis gleich noch einmal generiert bekommt. Okay. Speichern. Und damit ist der Beitrag fertig. Fazit. Ja. Was soll ich sagen? Wenn du Videos erstellst und aus den Videos einen Blogbeitrag generieren möchtest, ist das eine geniale Lösung. Das Beste daran ist, dass du so viele Einstellungsmöglichkeiten hast. Du kannst einen eigenen Prompt dazu schreiben, damit das Ganze individuell wird. Der zieht Screenshots. Du hast also nicht generische AI-Bilder, die jetzt jeder irgendwie nutzt, sondern Bilder aus deinem Video. Wenn du also ein Video hast, bei dem du nicht Talking Head hast, so wie ich in diesem Augenblick, sondern wenn du ein Video hast, wo du wirklich eine Präsentation hast, wo du Screens hast, wo du mal am Whiteboard stehst, wo du irgendwelche Einblendungen hast oder ein Tutorial. Wie in meinem Beispiel ist das Gold wert, dass du hier themenbezogen zur richtigen Zeit die richtigen Bilder hast. Und wenn dir das nicht gefällt, kannst du sogar noch Alternativen auswählen. Und wenn dir die nicht gefallen, kannst du sogar noch mal direkt ins Video reingehen und über den Slider die Szene raussuchen, die für dich optimal passt. Leichter geht es nicht. Der Link zu dem Lifetime-Deal findest du unter diesem Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Like, abonnier den Kanal, das hilft mir für dich weitere Videos zu erstellen. Und wenn du ganz toll bist, schreib mir sogar einen kurzen Kommentar, dann zeigst du dem Algorithmus von YouTube, dass dir das Video gefallen hat. So oder so freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis denn. Ciao da Marco.